Lektion 1. Wann möchtest du das Projekt besprechen? Hallo Anna, wann möchtest du das Projekt besprechen? Wie wäre es, wenn wir ein Treffen für nächste Woche vereinbaren? Klar, das funktioniert für mich. Welchen Tag würdest du bevorzugen? Lasst uns auf Dienstag zielen. Funktioniert das für dich? Dienstag klingt gut. Welcher Zeitpunkt wäre für Sie günstig? Wie wäre es mit 14 Uhr? Passt das in deinen Zeitplan? 14 Uhr funktioniert für mich. Wo sollten wir das Treffen abhalten? Treffen wir uns im Konferenzraum. Es ist ein ruhiger und geeigneter Ort für Diskussionen. Hört sich gut an. Sollen wir Materialien oder Dokumente für das Treffen mitbringen? Ja, bringen wir unsere Projektnotizen, Forschungsergebnisse und alle relevanten Dokumente mit. In Ordnung. Ich werde sicherstellen, dass ich vorher alle notwendigen Materialien zusammenstelle. Großartig. Gibt es etwas Spezielles, auf das Sie sich während der Diskussion konzentrieren möchten? Ich denke, es wäre hilfreich, unsere Fortschritte zu überprüfen und alle Herausforderungen zu besprechen, auf die wir gestoßen sind. Das ist ein gutes Argument. Wir können auch Ideen für die nächsten Schritte sammeln. Ich stimme zu. Lassen Sie uns auch Zeit für die Zuweisung von Aufgaben und die Festlegung von Fristen einplanen. Klingt nach einem Plan. Wir können das Treffen nutzen, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Perfekt. Ich werde auch eine Liste mit Fragen erstellen, um etwaige Unsicherheiten auszuräumen. Das ist ein proaktiver Ansatz. Das wird uns helfen, eine zielgerichtete und produktive Diskussion zu führen. Danke, John. Ich glaube, eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Treffen. Du bist willkommen, Anna. Ich schätze Ihr Engagement und Ihre Zusammenarbeit. Ebenso, John. Durch die Zusammenarbeit können wir bessere Ergebnisse erzielen. Nun, ich freue mich auf unser Treffen nächste Woche. Wir sehen uns dann, Anna. Wir sehen uns nächste Woche, John. Hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Wir sehen uns nächste Woche. Lektion 2. Bist du mit dem Abendessen um 19 Uhr einverstanden? Hallo, Anna. Bist du mit dem Abendessen um 19 Uhr einverstanden? Ja, 19 Uhr funktioniert für mich. Wo möchtest du zu Abendessen? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Restaurant in der Innenstadt? Hört sich gut an. Ich habe tolle Dinge über Ihre Nudelgerichte gehört. Perfekt. Ich reserviere morgen um 19 Uhr für zwei Personen. Danke, John. Ich freue mich darauf, das Restaurant auszuprobieren. Ich auch. Es sollte ein schöner Abend werden, um sich zu entspannen und gutes Essen zu genießen. Definitiv. Haben Sie irgendwelche dietetischen Einschränkungen, von denen ich wissen sollte? Nein, ich bin offen dafür, verschiedene Arten von Küche auszuprobieren. Wie steht's mit dir? Ich habe auch keine spezifischen Einschränkungen. Ich bin ziemlich abenteuerlustig, was Essen angeht. Das ist großartig. Wir können die Speisekarte erkunden und einige interessante Gerichte probieren. Absolut. Es macht immer Spaß, neue Geschmacksrichtungen und kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Übrigens, haben Sie irgendwelche Vorlieben für Sitzplätze im Restaurant? Normalerweise bevorzuge ich einen Stand oder einen Tisch am Fenster, wenn möglich. Vermerkt. Ich werde bei der Reservierung einen Stand oder einen Fenstertisch anfragen. Danke, John. Das wäre herrlich. Das trägt zum kulinarischen Erlebnis bei. Du bist willkommen, Anna. Ich möchte, dass unser Abendessen angenehm und gemütlich ist. Das weiß ich zu schätzen, John. Es sind die kleinen Details, die den Unterschied machen. In der Tat. Gibt es etwas Bestimmtes, auf das Sie sich freuen, im Restaurant zu probieren? Ich habe gehört, dass Ihr hausgemachtes Tiramisu außergewöhnlich ist. Ich könnte Platz für den Nachtisch sparen. Tiramisu klingt köstlich. Das behalte ich auch im Hinterkopf. Irgendwelche anderen Pläne für den Abend? Nach dem Abendessen dachte ich, wir könnten einen Spaziergang im nahegelegenen Park machen. Es ist ziemlich malerisch. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine nette Art, uns zu entspannen und unsere Mahlzeit zu verdauen. Ich freue mich, dass Dir die Idee gefällt. Die Natur bringt immer ein Gefühl der Ruhe. Absolut. Ich verbringe gerne Zeit im Freien, besonders nach einem guten Essen. Nun, es hört sich so an, als hätten wir einen wunderbaren Abend geplant. Ich freue mich darauf. Ich auch, Anna. Es wird ein unvergesslicher Abend. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Wir sehen uns morgen, John. Wir können unser Abendessen und unseren Spaziergang im Park kaum erwarten. Lektion 3. Wann ist die beste Zeit zum Einkaufen? Hallo, Anna. Wann ist die beste Zeit zum Einkaufen? Es hängt davon ab, was Sie kaufen möchten. Redest Du von Lebensmitteln oder Kleidung? Ich habe mehr über Klamottenankäufe nachgedacht. Gibt es eine bestimmte Zeit, die besser ist? Im Allgemeinen sind Wochentage weniger überfüllt, sodass Sie möglicherweise mehr Platz zum Stöbern und Anprobieren von Kleidung haben. Das ergibt Sinn. Die Hektik am Wochenende zu vermeiden, klingt nach einem guten Plan. Irgendein bestimmter Tag? Montag oder Dienstagmorgen sind in der Regel weniger los als später in der Woche. Gut zu wissen. Das werde ich bei der Planung meines Einkaufsbummes berücksichtigen. Was ist mit dem Verkauf? Wenn Sie nach Sonderangeboten suchen, sollten Sie am Ende der Saison oder während der Weihnachtsverkäufe hingehen. Ich werde mir diese Zeiten in meinem Kalender vormerken. Gibt es noch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen? Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist das Wetter. Das Einkaufen bei extremen Wetterbedingungen kann Ihr Erlebnis beeinträchtigen. Das ist ein gutes Argument. Ich werde die Wettervorhersage überprüfen, bevor ich mich auf den Weg mache. Irgendwelche Tipps für effizientes Einkaufen? Es ist hilfreich, eine Liste mit dem zu haben, was Sie benötigen, und ein Budget festzulegen, um konzentriert zu bleiben und zu hohe Ausgaben zu vermeiden. Ich mache eine Liste und halte mich an mein Budget. Danke für den Rat, Anna. Irgendwelche anderen Tipps? Ziehen Sie sich bequem an und tragen Sie Schuhe, die sich beim Anprobieren von Kleidung leicht an- und ausziehen lassen. Komfort ist der Schlüssel. Ich trage angemessene Kleidung und Schuhe für ein reibungsloseres Einkaufserlebnis. Sonst noch etwas? Vergessen Sie nicht, Preise und Qualität zu vergleichen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Es ist wichtig, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, um zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Danke für die Erinnerung, Anna. Du bist willkommen, John. Einkaufen kann Spaß machen, wenn man vorbereitet ist. Haben Sie einen erfolgreichen Einkaufsbummel? Danke, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich werde das Beste aus meinem Einkaufsbummel machen. Lektion 4 Arbeiten Sie lieber in einem offenen Büro oder in einem ruhigen Raum? Hallo, Anna. Arbeitest du lieber in einem offenen Büro oder in einem ruhigen Raum? Ich persönlich bevorzuge es, in einem ruhigen Raum zu arbeiten. Es hilft mir, mich besser zu konzentrieren. Was ist mit dir? Das kann ich verstehen. Ich arbeite eigentlich lieber in einem offenen Büro. Ich mag die Energie und die Zusammenarbeit. Das ist interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das soziale Umfeld für manche Menschen motivierend sein kann. Definitiv. Ich finde, dass es mir hilft, konzentriert und engagiert zu sein, wenn ich mit anderen zusammen bin. Ich denke, das hängt von unseren individuellen Arbeitsstilen und Vorlieben ab. Absolut. Wir alle haben unterschiedliche Arten, produktiv zu sein. Was magst du besonders an ruhigen Räumen? In einem ruhigen Raum fällt es mir leichter, mich ohne Ablenkungen oder Lärm zu konzentrieren. Es hilft mir, tief nachzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass das für bestimmte Aufgaben, die eine intensive Konzentration erfordern, von Vorteil wäre. Ja, genau. Manchmal brauche ich eine ruhige und friedliche Umgebung, um meine beste Arbeit zu leisten. Auf der anderen Seite genieße ich den Trubel und die Interaktion in einem offenen Büro. Das weckt bei mir Kreativität. Es ist interessant, wie unterschiedliche Umgebungen so unterschiedliche Auswirkungen auf Menschen haben können. Das ist es. Und ich denke, es ist wichtig, dass Arbeitsplätze eine Vielzahl von Räumen bieten, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Ich stimme zu. Durch die Verfügbarkeit von Optionen können die Mitarbeiter wählen, was für sie und ihre Aufgaben am besten geeignet ist. Absolut. Es fördert Flexibilität und ein Gefühl der Autonomie im Arbeitsumfeld. In einer idealen Situation würde ein Arbeitsplatz also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen offenen und ruhigen Räumen aufweisen. Ja, das wäre ideal. Es würde unterschiedlichen Arbeitsstilen gerecht werden und eine harmonische Atmosphäre schaffen. Es scheint ein fairer Kompromiss zu sein. Jeder Einzelne kann wählen, wo er sich am produktivsten fühlt. Genau. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Zusammenarbeit und individueller Fokussierung zu finden. Nun, es ist interessant, deine Sicht auf dieses Thema zu hören, John. Ebenso, Anna. Es ist immer wieder faszinierend, etwas über unterschiedliche Arbeitspräferenzen und Erfahrungen zu erfahren. Absolut. Unsere einzigartigen Vorlieben prägen die Art und Weise, wie wir an unsere Arbeit herangehen und tragen zur Gesamtproduktivität bei. Gut gesagt, Anna. Unsere Unterschiede können eine Stärke sein, wenn wir sie annehmen und respektieren. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Es geht darum herauszufinden, was für uns als Einzelpersonen und als Team am besten funktioniert. Lektion 5. Können wir das Treffen für nächste Woche planen? Hallo Anna. Können wir das Treffen für nächste Woche vereinbaren? Klar, lass uns einen Tag finden, der für uns beide funktioniert. Wie wär's mit Mittwoch? Funktioniert das für dich? Mittwoch klingt gut. Welcher Zeitpunkt wäre günstig? Wie wäre es mit 10 Uhr? Passt das in deinen Zeitplan? 10 Uhr morgens funktioniert für mich. Wo sollten wir das Treffen abhalten? Treffen wir uns im Konferenzraum. Es ist ein geräumiger und komfortabler Raum für Diskussionen. Hört sich gut an. Sollen wir auch anderen eine Einladung zu einem Treffen schicken? Ja, laden wir die Teammitglieder ein, die an der Diskussion teilnehmen müssen. In Ordnung. Ich entwerfe die Einladung zum Treffen und füge die Tagesordnung hinzu. Das ist großartig. Das wird uns helfen, konzentriert zu bleiben und das Beste aus unserer Zeit zu machen. Danke, John. Zusammenarbeit und klare Kommunikation sind der Schlüssel zu produktiven Besprechungen. Du bist willkommen, Anna. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail und zur Organisation. Ebenso, John. Effiziente Zusammenarbeit hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. Gibt es etwas Spezielles, das Sie auf der Tagesordnung des Treffens behandeln möchten? Ich denke, es wäre hilfreich, den Zeitplan des Projekts zu überprüfen und etwaige Hindernisse zu besprechen. Guter Punkt. Wir können auch Zeit einplanen, um Lösungen zu finden und Aufgaben zuzuweisen. Absolut. Es ist wichtig, das Projekt auf Kurs zu halten und sicherzustellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen wir auch Raum für Fragen oder Bedenken der Teammitglieder. Das ist eine gute Idee. Der Umgang mit Unsicherheiten wird uns helfen, reibungslos voranzukommen. Großartig. Ich werde sicherstellen, dass ich alle relevanten Materialien oder Updates bereitstelle. Danke, John. Vorbereitung und aktive Teilnahme sind entscheidend für erfolgreiche Treffen. Du bist willkommen, Anna. Ich glaube an die Macht effektiver Zusammenarbeit. Ebenso, John. Gemeinsam können wir großartige Ergebnisse für das Projekt erzielen. Nun, ich freue mich auf unser Treffen nächste Woche. Wir sehen uns dann, Anna. Wir sehen uns nächste Woche, John. Habt bis dahin einen produktiven Tag. Samstag. Lektion 6. Wann möchtest du an den Strand gehen? Hallo, Anna. Wann willst du an den Strand gehen? Ich denke an dieses Wochenende. Wie steht's mit dir? Dieses Wochenende funktioniert auch für mich. Welchen Tag würdest du bevorzugen? Samstag klingt gut. Die Wettervorhersage sieht sonnig aus. Samstag ist es dann. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es gegen 10 Uhr? So können wir die Mittagshitze vermeiden. Das klingt nach einem Plan. Sollen wir Strandutensilien mitbringen? Definitiv. Wir sollten Sonnencreme, Handtücher und ein paar Snacks mitbringen. Tolle Idee. Ich bringe auch einen Sonnenschirm für etwas Schatten mit. Perfekt. Es ist wichtig, vor der Sonne geschützt zu sein. Absolut. Haben Sie irgendwelche Vorlieben für die Strandlage? Ich kenne einen schönen Strand etwa eine Stunde entfernt. Er hat klares Wasser und Weichensand. Das klingt wunderbar. Kannst du mir die Anweisungen mitteilen? Klar. Ich schicke dir die Adresse und die Wegbeschreibung, bevor wir gehen. Danke, Anna. Danke für deine Hilfe dabei. Kein Problem, John. Es ist immer gut, im Wohaus zu planen. Gibt es noch etwas, das wir für den Strandausflug beachten sollten? Es könnte eine gute Idee sein, zusätzliche Kleidung und Schuhe zum Wechseln mitzubringen. Guter Punkt. Wir können uns nach dem Schwimmen umziehen und vermeiden, im Auto sandig zu werden. Genau. Das macht die Rückreise komfortabler. Ich freue mich sehr auf einen erholsamen Tag am Strand. Ich auch, John. Es wird eine nette Abwechslung von unserer gewohnten Routine sein. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um abzuschalten und die Natur zu genießen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist erfrischend für Körper und Geist. Nun, ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Samstag um 10 Uhr machen wir es möglich. Absolut, John. Es wird ein fantastischer Strandtag. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns am Samstag, Anna. Wir können es kaum erwarten. Lektion 7. Hast du das Kreuzworträtsel gelöst? Hallo, Anna. Hast du das Kreuzworträtsel gelöst? Ja, habe ich. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe es endlich abgeschlossen. Das ist beeindruckend. Kreuzworträtsel können eine Herausforderung sein. Sie testen definitiv Ihren Wortschatz und Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung. Mir macht es auch Spaß, sie zu lösen. Fanden Sie irgendwelche Hinweise besonders schwierig? Es gab ein paar knifflige, aber ich habe es mit einiger Ausdauer geschafft, sie herauszufinden. Das ist der Geist. Es ist befriedigend, wenn man einen schwierigen Hinweis knackt. Absolut. Es ist ein großartiges Gefühl, etwas erreicht zu haben. Hast du irgendwelche Strategien oder Techniken benutzt, um das Rätsel zu lösen? Ja, ich habe mit den leichteren Hinweisen angefangen und mich nach und nach zu den schwierigeren hingearbeitet. Das ist ein guter Ansatz. Es hilft, Dynamik und Selbstvertrauen aufzubauen. Ich habe auch die sich überschneidenden Buchstaben verwendet, um die Lücken auszufüllen. Das ist eine kluge Strategie. Kreuzworträtsel haben oft miteinander verbundene Hinweise. Ja, es ist, als würde man ein Rätsel innerhalb eines Puzzles lösen. Hast du das Kreuzworträtsel alleine oder mit jemand anderem gemacht? Diesmal habe ich es alleine gemacht. Es war eine schöne Art, sich zu entspannen und mich selbst herauszufordern. Das Lösen von Rätseln kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und das Gehirn zu trainieren. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine lustige und anregende mentale Aktivität. Bevorzugst du Kreuzworträtsel oder andere Arten von Rätseln wie Sudoku? Mir macht beides Spaß, aber ich habe eine leichte Vorliebe für Kreuzworträtsel. Es ist interessant, wie unterschiedliche Menschen sich zu verschiedenen Arten von Rätseln hingezogen fühlen. Ja, jeder hat seine eigenen Vorlieben und Stärken. Nun, herzlichen Glückwunsch, dass du das Kreuzworträtsel gelöst hast, Anna. Danke, John. Es war eine lohnende Erfahrung. Vielleicht können wir beim nächsten Mal gemeinsam ein Kreuzworträtsel lösen. Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich wäre bereit für die Herausforderung. Großartig! Wir können unsere Köpfe zusammenstecken und es als Team lösen. Ich freue mich darauf, John. Das wird eine tolle Denksportaufgabe sein. In der Tat wird es das tun. Lass es uns für einen anderen Tag planen. Lektion 8. Wann fängst du an, an deinem neuen Projekt zu arbeiten? Hallo, Anna. Wann fängst du an, an deinem neuen Projekt zu arbeiten? Ich habe eigentlich erst gestern angefangen. Es ist eine aufregende Gelegenheit. Das ist toll zu hören. Was ist der Zeitplan für das Projekt? Wir haben ungefähr drei Monate Zeit, um es fertigzustellen. Es ist also eine ordentliche Menge Zeit. Das sollte Ihnen genügend Zeit geben, um das Projekt effektiv zu planen und durchzuführen. Ausgezeichnet! Mit einem klar definierten Plan bleiben Sie auf Kurs. Absolut! Es hilft mir, organisiert zu bleiben und sorgt für zeitnahe Fortschritte. Ist dem Projekt ein bestimmtes Team zugewiesen? Ja, ich habe ein Team von vier Mitgliedern, die mit mir an diesem Projekt arbeiten. Das ist ein gut dimensioniertes Team. Zusammenarbeit wird der Schlüssel zu seinem Erfolg sein. Definitiv! Wir hatten bereits unser erstes Team-Meeting, um Rollen und Verantwortlichkeiten zu besprechen. Die Kommunikation innerhalb des Teams ist entscheidend für eine reibungslose Abstimmung. Einverstanden! Wir haben regelmäßige Treffen zur Statusaktualisierung organisiert, um auf dem Laufenden zu bleiben. Was hältst du von diesem neuen Projekt? Freust du dich darauf? Ich freue mich riesig. Es ist ein herausforderndes Projekt, das meinen Interessen entspricht. Das ist wunderbar. Die Arbeit zu genießen macht Sie erfüllender. Stimmt! Es ist großartig, dass Sie die Gelegenheit haben, an etwas zu arbeiten, das für Sie von Bedeutung ist. Ich fühle mich glücklich, diese Chance zu bekommen. Es ist auch eine wertvolle Lernerfahrung. Lernen und Wachstum sind wichtige Aspekte jedes Projekts. Definitiv! Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten und mein Wissen zu erweitern. Gibt es etwas Spezielles, das Sie benötigen, um mit dem Projekt zu beginnen? Ich habe bereits die notwendigen Ressourcen gesammelt und mit Voruntersuchungen begonnen. Das ist proaktiv von dir. Das zeigt Ihr Engagement für den Erfolg des Projekts. Danke, John. Ich möchte sicher gehen, dass wir sofort loslegen. Nun, ich bin zuversichtlich, dass Sie und Ihr Team großartige Arbeit leisten werden. Ich schätze Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, John. Du bist willkommen, Anna. Ich bin hier, um zu helfen, falls Sie Unterweghilfe benötigen. Danke, John. Das behalte ich im Hinterkopf. Lassen Sie uns dieses Projekt gemeinsam zum Erfolg führen. Lektion 9. Wie schaffst du es, so geduldig mit den Kindern umzugehen? Hallo, Anna. Wie schaffst du es, so geduldig mit den Kindern zu sein? Nun, es ist nicht immer einfach, aber ich versuche, mein Bestes, ruhig und verständnisvoll zu bleiben. Das ist bewundernswert. Kinder können sehr energisch und anspruchsvoll sein. Sie halten mich definitiv auf Trab, aber ich erinnere mich daran, dass sie nur Kinder sind. Es stimmt, Sie lernen und entwickeln Ihre sozialen Fähigkeiten immer noch. Genau. Geduld ist unerlässlich, um Ihnen zu helfen, zu wachsen und zu lernen. Haben Sie spezielle Strategien oder Techniken, die Sie anwenden? Eine Sache, die ich mache, ist tief durchzuatmen und bis 10 zu zählen, wenn ich mich überwältigt fühle. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Fassung wieder zu gewinnen und impulsive Reaktionen zu vermeiden. Es hilft mir, durchdachter und positiver auf Ihr Verhalten zu reagieren. Gibt es Aktivitäten oder Ansätze, die Sie für besonders effektiv halten? Wenn Sie an unterhaltsamen und lehrreichen Aktivitäten teilnehmen, können Sie Ihre Energie positiv kanalisieren. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie sie bei der Stange halten, können Sie Langeweile und Fehlverhalten verhindern. Ja, und ich versuche auch, klare Erwartungen und Grenzen zu setzen. Die Festlegung von Grenzen hilft Ihnen zu verstehen, was akzeptables Verhalten ist. Definitiv. Konsistenz und klare Kommunikation sind entscheidend. Wie gehst du mit Situationen um, wenn sie schwierig sind oder deine Geduld auf die Probe stellen? Ich versuche, ruhig zu bleiben und das Verhalten anzusprechen und gleichzeitig Empathie und Verständnis zu betonen. Das ist ein mitfühlender Ansatz. Es lehrt Sie auch Empathie. Ja, ich glaube daran, das Verhalten zu modellieren, das ich in Ihnen sehen möchte. Es hört sich so an, als ob Sie ein gutes Gleichgewicht zwischen Geduld und Festigkeit haben. Ich bemühe mich, dieses Gleichgewicht zu finden. Es ist ein Lernprozess sowohl für die Kinder als auch für mich. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Geduld und Führung schätzen. Danke, John. Es ist lohnend zu sehen, wie Sie wachsen und sich entwickeln. Es braucht eine besondere Person, um mit Kindern zu arbeiten und geduldig zu bleiben. Ich genieße es wirklich, mit Kindern zusammen zu sein und ihre Fortschritte zu beobachten. Nun, du machst einen fantastischen Job, Anna. Mach weiter so. Danke für deine freundlichen Worte, John. Ich schätze Ihre Unterstützung. Du bist willkommen, Anna. Sie ist wohlverdient. Lektion 10. Was ist deine Meinung zur Renovierung des Wohnzimmers? Hallo, Anna. Was ist deine Meinung zur Renovierung des Wohnzimmers? Ich denke, das ist eine großartige Idee. Unser Wohnzimmer könnte einen frischen Look gebrauchen. Ich stimme zu. Es fühlt sich etwas veraltet an und könnte etwas Revitalisierung gebrauchen. Welche Art von Änderungen möchten Sie vornehmen? Ich dachte daran, die Wände neu zu streichen und neue Möbel zu kaufen. Das klingt nach einem guten Start. Welches Farbschema ziehen Sie in Betracht? Ich dachte darüber nach, mich für eine modernere und neutralere Farbpalette zu entscheiden. Neutrale Farben können eine beruhigende und vielseitige Atmosphäre schaffen. Genau. Es würde es auch einfacher machen, das Dekor in Zukunft zu ändern. Mir gefällt die Idee, bei der Einrichtung flexibel zu sein. Was ist mit den Möbeln? Haben Sie einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Material im Sinn? Ich bevorzuge eine Mischung aus Komfort und Stil. Vielleicht etwas mit klaren Linien. Das klingt nach einer guten Balance. Wir möchten, dass es sowohl einladend als auch visuell ansprechend ist. Einverstanden. Es ist wichtig, Möbel zu haben, mit denen wir gerne Zeit verbringen. Wir sollten auch die Raumaufteilung berücksichtigen. Irgendwelche Gedanken dazu? Ich denke, wir können mit verschiedenen Anordnungen experimentieren, um den Raum zu optimieren. Das ist eine gute Idee. Wir können ein paar Optionen ausprobieren und sehen, was am besten funktioniert. Und vergiss die Beleuchtung nicht. Es kann einen großen Unterschied in der Atmosphäre machen. Du hast recht. Wir sollten verschiedene Beleuchtungskörper ausprobieren, um die Stimmung zu verbessern. Wir könnten auch einige dekorative Elemente wie Kunstwerke oder Pflanzen hinzufügen. Ich liebe die Idee, natürliche Elemente wie Pflanzen zu integrieren. Sie verleihen dem Raum eine erfrischende Note und bringen Leben in den Raum. Ich freue mich, dass wir beide mit der Renovierung des Wohnzimmers einverstanden sind. Es ist aufregend, sich die Transformation vorzustellen und einen Raum zu schaffen, der unseren Stil widerspiegelt. Es wird unser Wohnzimmer für uns und unsere Gäste angenehmer machen. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Projekt zu beginnen. Es wird ein lustiges und kreatives Unterfangen sein. Klingt nach einem Plan, John. Ich freue mich auf die Renovierung unseres Wohnzimmers. Lektion 11 Was ist deine Präferenz, früh oder spät am Tag? Hallo Anna, was bevorzugst du, früh oder spät am Tag? Also bevorzuge ich es früh am Tag. Ah, ich verstehe. Frühe Morgen können sehr friedlich und erfrischend sein. Ja, ich genieße die Ruhe und das Gefühl, den Tag mit einem frischen Start in den Tag zu beginnen. Das ist eine nette Perspektive. Ein frühe Morgen kann einen positiven Ton für den Tag angeben. Sie geben mir ein Gefühl von Produktivität und ermöglichen es mir, Aufgaben konzentriert anzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil sein kann. Was machst du normalerweise morgens? Ich beginne gerne mit leichten Übungen oder Dehnübungen, um meinen Körper aufzuwecken. Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, sich für den kommenden Tag mit Energie zu versorgen. Danach genieße ich es, ein nahrhaftes Frühstück zu nehmen, um meinen Körper und Geist zu stärken. Das Frühstück ist in der Tat eine wichtige Mahlzeit. Es liefert die notwendige Energie. Absolut. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben und mein Energieniveau aufrecht zu erhalten. Haben Sie bestimmte Morgenrituale oder Routinen, denen Sie folgen? Ich verbringe morgens gerne ein paar Minuten damit, Tagebuch zu schreiben oder Dankbarkeit zu üben. Das ist eine großartige Möglichkeit, früh am Tag eine positive Einstellung zu entwickeln. Ja, es hilft mir, meine Absichten festzulegen und die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Das ist wunderbar, Anna. Das klingt, als hättest du eine abgerundete Morgenroutine. Danke, John. Das habe ich im Laufe der Zeit entwickelt und finde es nützlich. Andererseits bin ich eher eine Nachtheule. Ich bevorzuge spät am Tag. Auch späte Abende können sehr friedlich sein. Was gefällt dir an ihnen? Ich mag das Gefühl der Ruhe und die Möglichkeit, nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Es kann eine großartige Zeit für Entspannungs- und Selbstpflegeaktivitäten sein. Genau. Ich verbringe meine Abende oft damit, zu lesen, Musik zu hören oder einen Film anzusehen. Das sind großartige Möglichkeiten, sich zu entspannen und etwas Freizeit zu genießen. Ich finde, dass ich auch in den späten Stunden kreativer und konzentrierter bin. Es ist interessant, wie verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Energieniveaus haben. Ja, wir haben alle unsere eigenen natürlichen Rhythmen und Vorlieben. Das macht uns einzigartig. Unsere Vorlieben prägen unseren Tagesablauf. Absolut. Die Berücksichtigung unserer eigenen Vorlieben kann zu einem erfüllteren Lebensstil führen. Ob am frühen Morgen oder am späten Abend, es ist wichtig herauszufinden, was für uns funktioniert. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Es geht darum, unser eigenes Gleichgewicht und unseren eigenen Rhythmus zu finden. Gut gesagt, John. Unsere Vorlieben leiten uns bei der Gestaltung unserer eigenen täglichen Erfahrungen. Es war toll, über unsere Vorlieben zu sprechen. Es ist interessant, voneinander zu lernen. Ich stimme zu, John. Es ist immer schön, diese Gespräche zu führen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. In der Tat. Lassen Sie uns weiterhin unsere Vorlieben berücksichtigen und das Beste aus jedem Tag machen. Absolut, John. Darauf, Freude an unseren bevorzugten Tageszeiten zu finden. Lektion 12. Wo arbeitest du? Hallo, Anna. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einer Softwareentwicklungsfirma in der Innenstadt. Das ist großartig. Wie gefällt dir dein Arbeitsplatz? Ich genieße es wirklich. Das Büro hat eine moderne und lebendige Umgebung. Das klingt nett. Ist es ein großes Unternehmen? Ja, es ist ein Unternehmen von anständiger Größe mit rund 200 Mitarbeitern. Haben Sie dort eine bestimmte Rolle oder Position? Ja, ich bin Softwareentwickler. Ich arbeite an der Entwicklung neuer Anwendungen. Das ist beeindruckend. Es muss aufregend sein, in der Technologiebranche zu arbeiten. Das ist es auf jeden Fall. Die Technologie entwickelt sich ständig weiter und es gibt immer etwas Neues zu lernen. Ich kann mir vorstellen. Haben Sie ein engmaschiges Team, mit dem Sie zusammenarbeiten? Ja, ich bin Teil eines Entwicklungsteams, das aus sechs Mitgliedern besteht. Teamwork ist wichtig für erfolgreiche Projekte. Wie ist die Arbeitskultur dort? Die Arbeitskultur ist kooperativ und unterstützend. Sie fördert Innovation und Wachstum. Das ist fantastisch. Es ist wichtig, ein positives Arbeitsumfeld zu haben. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es macht einen signifikanten Unterschied in der Arbeitszufriedenheit. Gibt es Vergünstigungen oder Vorteile, die Sie besonders schätzen? Wir haben flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Flexible Arbeitszeiten können ein wertvoller Vorteil sein. Es bietet eine ausgewogene Worklife-Ballance. Absolut. Es ermöglicht mir, meine Zeit effektiv zu verwalten und persönliche Interessen zu verfolgen. Das ist toll zu hören. Wie ist der Weg zu Ihrem Arbeitsplatz? Ich brauche ungefähr 30 Minuten, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu pendeln. Das ist überhaupt nicht schlecht. Es ist praktisch, öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe zu haben. Ja, das erspart mir das lästige Fahren und die Parkplatzsuche. Haben Sie Lieblingsorte oder Annehmlichkeiten in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes? Es gibt mehrere Cafés und Restaurants in Gehweite, was nett ist. Es ist immer praktisch, Optionen für einen schnellen Happen oder Kaffee zu haben. Definitiv. Es verleiht dem Arbeitstag Komfort und Abwechslung. Insgesamt klingt es so, als ob du einen großartigen Arbeitsplatz hast, Anna. Ich fühle mich glücklich, Teil eines so positiven und dynamischen Arbeitsumfelds zu sein. Das ist wunderbar. Spaß an Ihrer Arbeit macht einen großen Unterschied in Ihrem allgemeinen Glück. Nun, ich freue mich zu hören, dass Sie mit Ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Machen Sie weiter so. Danke, John. Ich schätze Ihre freundlichen Worte und Ihre Ermutigung. Lektion 13 Wirst du morgen im Garten arbeiten? Hallo, Anna. Wirst du morgen Gartenarbeit machen? Ja, ich habe vor, einige Zeit im Garten zu verbringen. Ich mag es, Blumen zu pflanzen, zu beschneiden und die Pflanzen zu pflegen. Es muss befriedigend sein, Ihrem Garten gedeihen und blühen zu sehen. Absolut. Es ist lohnend, die Früchte meiner Arbeit zu sehen. Haben Sie bestimmte Pflanzen oder Blumen für morgen im Sinn? Ich denke darüber nach, ein paar farbenfrohe Einjährige hinzuzufügen, um den Garten zu verschönern. Das ist eine tolle Idee. Das wird dem gesamten Ambiente eine lebendige Not verleihen. Ich muss auch die Hecken schneiden und die Blumenbeete jäten. Es ist wichtig, die Sauberkeit des Gartens aufrecht zu erhalten. Dadurch sieht alles aufgeräumt aus. Ja, regelmäßige Pflege trägt zum Gedeihen der Pflanzen bei und verhindert ein Überwachsen. Haben Sie irgendwelche Lieblingsgartengeräte, die Sie verwenden? Ich verlasse mich auf ein robustes Paar Gartenhandschuhe, eine Gartenschere und eine Kelle. Das sind unverzichtbare Werkzeuge für jeden Gärtner. Sicherheit und Präzision sind wichtig. Absolut. Sie machen die Gartenarbeit einfacher und effizienter. Haben Sie Tipps oder Ratschläge für jemanden, der einen Garten anlegt? Fangen Sie klein an und wählen Sie Pflanzen, die für Ihr Klima und Ihren Boden geeignet sind. Das ist ein praktischer Ansatz. Es ist wichtig, die Umwelt zu berücksichtigen. Vergessen Sie auch nicht, die Pflanzen regelmäßig zu gießen und für ausreichend Sonnenlicht zu sorgen. Wasser und Sonnenlicht sind für das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen unerlässlich. Ja, Sie spielen eine entscheidende Rolle für Ihr allgemeines Wohlbefinden. Finden Sie Gartenarbeit entspannend oder eher eine körperliche Aktivität? Es ist ein bisschen von beidem. Es ist körperlich anregend, aber es ist auch therapeutisch und beruhigend. Das ist eine großartige Kombination. Es ist eine Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und Stress abzubauen. Absolut. Draußen zu sein und von viel Grün umgeben zu sein, ist verjungend. Ich verstehe, warum Gartenarbeit ein so beliebtes Hobby ist. Es hat viele Vorteile. Ja, es ist eine wunderbare Art, etwas Schönes zu pflegen und zu schaffen. Nun, ich hoffe, du hast morgen eine produktive und angenehme Zeit im Garten, Anna. Danke, John. Ich freue mich darauf. Die Natur hat eine Art, Freude zu bereiten. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Viel Spaß bei der Gartenarbeit, Anna. Lektion 14. Können wir ein Treffen zur Mittagszeit anstreben? Hallo Anna, können wir ein Treffen zur Mittagszeit anstreben? Klar, ein Treffen zur Mittagszeit klingt gut. An welche Uhrzeit hast du gedacht? Wie wäre es mit einem Treffen gegen 12.30 Uhr? Das funktioniert für mich. Haben Sie einen Ort für das Treffen im Sinn? In der Innenstadt gibt es ein neues Café, von dem ich viel Gutes gehört habe. Möchtest du es versuchen? Hört sich toll an. Ich bin immer bereit, neue Orte auszuprobieren. Wie heißt das Café? Es heißt CD-Elegrent. Sie haben eine Vielzahl von Optionen auf Ihrer Speisekarte. Perfekt. Ich werde mir Ihre Speisekarte online ansehen und sehen, was Sie anbieten. Großartig. Planen wir, uns morgen um 12.30 Uhr dort zu treffen. Klingt nach einem Plan. Ich markiere es mir in meinem Kalender. Gibt es etwas Spezielles, das Sie während des Treffens besprechen möchten? Ich wollte den Fortschritt unseres aktuellen Projekts durchgehen und alle Herausforderungen besprechen, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist ein wichtiges Thema. Wir können Lösungen finden und einen Plan für die Zukunft erstellen. Ich wollte auch Ihre Meinung zur bevorstehenden Kundenpräsentation einholen. Ich freue mich, meine Anregungen und Vorschläge zur Verfügung zu stellen. Zusammenarbeit ist in solchen Situationen von entscheidender Bedeutung. Ich freue mich über Ihren Beitrag. Es ist immer hilfreich, unterschiedliche Perspektiven zu haben. Ebenso, John. Ich schätze auch Ihre Erkenntnisse. Gibt es noch etwas, das Sie der Tagesordnung für unser Treffen hinzufügen möchten? Mir fällt im Moment nichts anderes ein. Aber wenn etwas dazwischen kommt, lasse ich es Dich wissen. Hört sich gut an. Wir können die Tagesordnung bei Bedarf jederzeit anpassen. Einverstanden. Flexibilität ist in unseren Diskussionen wichtig. Ich freue mich auf unser morgiges Mittagessen, Anna. Ich auch, John. Es wird ein produktives und unterhaltsames Treffen. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr und 30 Minuten bei The Deligrant, Anna. Wir sehen uns dort, John. Habt bis dahin einen schönen Tag. Lektion 15. Wirst du diese Woche an einem Yogakurs teilnehmen? Hallo, Anna. Nimmst du diese Woche an einem Yogakurs teil? Ja, ich habe vor, einen Yogakurs zu besuchen. Ich finde es sehr vorteilhaft. Das ist großartig. An welchen Tag und zu welcher Uhrzeit denkst du? Normalerweise gehe ich mittwochs, aber ich habe auch an anderen Tagen geöffnet. Mittwochs funktionieren auch für mich. Macht es dir was aus, wenn ich mitmache? Überhaupt nicht. Es wäre toll, einen Yogakumpel zu haben. Hast du ein Lieblingsyogastudio oder einen Lieblingsyogalehrer? In der Nähe gibt es ein Studio namens ZenYoga, das mir sehr viel Spaß macht. Ich habe gute Dinge darüber gehört. Welchen Yogastil unterrichten Sie? Sie bieten eine Vielzahl von Stilen an, aber ich besuche normalerweise die Vinyuasa-Kurse. Vinyuasa klingt interessant. Was unterscheidet es von anderen Stilen? Vinyuasa ist ein dynamischer Fluss, bei dem Bewegungen mit dem Atem synchronisiert werden. Das klingt herausfordernd und belebend. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, Stärke, Flexibilität und Konzentration aufzubauen. Gibt es etwas, das ich wissen oder für den Kurs mitbringen sollte? Tragen Sie einfach bequeme Kleidung und bringen Sie eine Yogamatte mit, falls Sie eine haben. Ich werde sicherstellen, dass ich meins mitbringe. Werden zusätzliche Requisiten benötigt? Das Studio bietet alle notwendigen Requisiten wie Blöcke und Gurte. Das ist praktisch. Ich schätze Studios, die das anbieten. Es macht es definitiv einfacher, besonders für Anfänger. Apropos Anfänger, ist der Kurs für alle Niveaus geeignet? Ja, die Vinyuasa-Kurse bei Zen Yoga sind für alle Erfahrungsstufen konzipiert. Das ist beruhigend. Ich bin noch relativ neu im Yoga, also ist es gut zu wissen. Mach dir keine Sorgen, John. Yoga ist eine persönliche Reise und jeder fängt irgendwo an. Danke für die Ermutigung, Anna. Ich weiß das zu schätzen. Kein Problem, John. Wir werden uns gegenseitig in unserer Yoga-Praxis unterstützen. Ich freue mich sehr darauf, mit dir den Yoga-Kurs zu besuchen. Ebenso, John. Es ist immer schön, positive Erfahrungen mit Freunden zu teilen. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und sich um unser Wohlbefinden zu kümmern. Absolut. Yoga hat sowohl körperliche als auch geistige Vorteile. Nun, lasst uns einen Plan machen, an diesem Mittwoch den Vinyuasa-Kurs bei Zen Yoga zu besuchen. Klingt nach einem Plan, John. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort. Namaste. Namaste, Anna. Freue mich darauf. Lektion 16. Gehst du heute Abend ins Kino? Hallo, Anna. Gehst du heute Abend ins Kino? Ja, ich habe vor, heute Abend einen Film anzusehen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Es gibt einen neuen Actionfilm namens The Guardian, der gute Kritiken erhält. Das klingt aufregend. Ich habe Lust auf einen actionreichen Film. Um wie viel Uhr wird es gezeigt? Es läuft um 19 Uhr und 21 Uhr und 30 Minuten. Welche Uhrzeit passt besser zu dir? Die Shoottime um 19 Uhr funktioniert perfekt. Lasst uns das anstreben. Großartig. Treffen wir uns gegen 18 Uhr 45 im Kino, um unsere Tickets zu holen? Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns dort um 18 Uhr und 45 Minuten. Bevorzugen Sie Popcorn oder andere Snacks beim Ansehen von Filmen? Ich bin ein Fan von Popcorn, besonders mit Nachos als Beilage. Was ist mit dir? Ich mag auch Popcorn. Es ist ein klassischer Filmsnack. Perfekt. Wir können uns Popcorn holen und den Film zusammen genießen. Hast du ein Lieblingsfällen-Genre oder magst du verschiedene Genres? Ich mag eine Vielzahl von Genres, aber ich mag Thriller und Komödien besonders. Das ist eine gute Mischung. Es ist immer schön, etwas Spannung zu haben und zu lachen. Ich stimme zu. Es hält die Dinge interessant und unterhaltsam. Gibt es noch andere Filme, auf die du dich in naher Zukunft freuen würdest? Ich habe von einer romantischen Komödie namens Love in the City gehört, die faszinierend erscheint. Romantische Komödien können eine lustige Wahl sein. Halten wir Ausschau danach. Definitiv. Wir können bald einen weiteren Filmabend planen. Das klingt nach einem Plan. Filmabende sind eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und gute Gesellschaft zu genießen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist eine schöne Flucht aus dem Alltag. Gibt es noch etwas, das du vor oder nach dem Film heute Abend gerne machen würdest? Vielleicht können wir nach dem Film in dem neuen italienischen Restaurant in der Nähe zu Abend essen. Das ist eine fantastische Idee. Italienische Küche klingt köstlich. Ich reserviere für uns, um sicherzustellen, dass wir einen Tisch haben. Danke, Anna. Ich schätze deine Aufmerksamkeit. Kein Problem, John. Es wird ein lustiger Abend. Ich freue mich auf unseren Filmabend und das Abendessen. Es wird eine tolle Zeit sein. Ich auch, John. Machen wir einen unvergesslichen Abend daraus. Lektion 17. Lernst du lieber alleine oder in einer Gruppe? Hallo, Anna. Lernst du lieber alleine oder in einer Gruppe? Ich persönlich lerne lieber alleine. Dadurch kann ich mich besser konzentrieren. Das kann ich verstehen. Manchmal ist es einfacher, sich ohne Ablenkungen zu konzentrieren. Genau. Wie steht's mit dir, John? Hast du eine Präferenz? Ich lerne wirklich gerne in einer Gruppe. Es hilft mir, motiviert zu bleiben und Ideen auszutauschen. Das ist interessant. Gruppenstudium kann für die Zusammenarbeit von Vorteil sein. Ja. Konzepte zu besprechen und Probleme gemeinsam zu lösen, kann das Verständnis vertiefen. Ich sehe die Vorteile darin. Es ist ein anderer Lernansatz. Das ist es auf jeden Fall. Außerdem kann das Lernen in Gruppen angenehmer und weniger isolierend sein. Das ist wahr. Das kann ein Gefühl von Kameradschaft und Unterstützung erzeugen. Ich schätze aber auch die Flexibilität und Unabhängigkeit des Studierens alleine. Ich kann mir vorstellen, dass das zu bestimmten Lernstilen und Vorlieben passen würde. Absolut. Jeder hat seine eigene Art, effektiv zu lernen. Es ist wichtig herauszufinden, was für uns individuell am besten funktioniert. Definitiv. Es ist wichtig, unsere Lernmethoden an unsere persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Hast du schon einmal eine Kombination aus beidem versucht, zum Beispiel alleine zu lernen und dann mit einer Gruppe zu diskutieren? Ja, habe ich. Es kann ein gutes Gleichgewicht sein, das sowohl individuellen Fokus als auch Gruppeninteraktion beinhaltet. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Es maximiert die Vorteile beider Methoden. Genau. Es ermöglicht sowohl persönliche Reflexion als auch kollaboratives Lernen. Ich könnte das in Zukunft versuchen. Es scheint eine abgerundete Strategie zu sein. Ich ermutige dich, zu experimentieren und herauszufinden, was für dich am besten funktioniert, Anna. Danke, John. Ich schätze Ihren Rat und Ihre Unterstützung. Kein Problem, Anna. Lernen ist eine Reise und wir alle entdecken ständig neue Methoden. In der Tat. Wir sollten unterschiedliche Herangehensweisen verfolgen und weiter wachsen. Absolut. Ob alleine oder in einer Gruppe, das Ziel ist es, unser Wissen zu erweitern. Gut gesagt, John. Lass uns weiter gemeinsam lernen und forschen. Einverstanden, Anna. Es ist ein lebenslanges Streben. Lektion 18. Um wie viel Uhr gehst du ins Fitnessstudio? Hallo, Anna. Wann gehst du ins Fitnessstudio? Ich habe vor, um 18 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen. Wie steht's mit dir? Normalerweise gehe ich morgens. Ich werde um 7 Uhr da sein. Das ist früh. Ich bewundere dein Engagement für das Training am Morgen. Danke, Anna. Das hilft mir, den Tag positiv zu beginnen. Ich verstehe den Reiz. Es muss dir einen Energieschub geben. Definitiv. Es gibt einen produktiven Ton für den Rest des Tages an. Ich bevorzuge Abendtraining, weil es mir hilft, mich nach der Arbeit zu entspannen. Das ergibt Sinn. Das ist eine großartige Möglichkeit, den Stress des Tages abzubauen. Genau. Außerdem habe ich so die Möglichkeit, einen entspannten Morgen zu haben. Ich sehe die Vorteile davon. So können Sie entspannt in den Tag starten. Es geht um persönliche Vorlieben und darum, herauszufinden, was für uns funktioniert. Absolut. Wir alle haben den ganzen Tag über unseren eigenen Rhythmus und unser eigenes Energieniveau. Finden Sie, dass das Fitnessstudio morgens weniger überfüllt ist? Ja, das ist einer der Vorteile. Es ist normalerweise leiser und weniger überfüllt. Das ist ein Plus. Abends habe ich manchmal Schwierigkeiten, Ausrüstung zu finden. Das kann ich verstehen. Es kann frustrierend sein, wenn es voll ist. Aber ich denke, es hängt auch von den Spitzenzeiten des Fitnessstudios ab. Das ist wahr. Einige Fitnessstudios sind zu unterschiedlichen Tageszeiten geschäftiger. Es ist gut, den Zeitplan des Fitnessstudios zu kennen und entsprechend zu planen. Absolut. Es hilft, Enttäuschungen oder lange Wartezeiten auf Geräte zu vermeiden. Ich bin froh, dass wir unterschiedliche Fitnessroutinen haben. Wir können unsere Erfahrungen teilen. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über Fitness und Trainingsroutinen sprechen kann. Definitiv. Wir können uns gegenseitig auf unseren Fitnessreisen motivieren und unterstützen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Gemeinsam können wir unsere Fitnessziele erreichen. Lassen Sie uns einander zur Rechenschaft ziehen und gemeinsam Fortschritte erzielen. Klingt nach einem Plan, Anna. Lass uns unser Training hinter uns lassen und gesund bleiben. Ich bin voll dabei, John. Machen wir Fitness zu einem Teil unserer täglichen Routine. Lektion 19. Bist du auf der Suche nach gesundem oder genussvollem Essen? Hallo, Anna. Bist du auf der Suche nach gesundem oder genussvollem Essen? Ich habe heute Lust auf etwas Gesundes. Wie steht's mit dir? Ich könnte mich für etwas Leckeres entscheiden. Ich habe mich nach einem köstlichen Leckerbissen gesehnt. Das ist fair. Sich etwas Leckeres zu gönnen, kann ab und zu ein netter Genuss sein. Absolut. Im Leben dreht sich alles um Balance, oder? Definitiv. Also, welche gesunden Optionen ziehen Sie in Betracht? Ich denke an einen frischen Salat mit buntem Gemüse und gegrilltem Hühnchen. Das klingt nach einer nahrhaften und befriedigenden Wahl. Und zu welchem gesunden Gericht tendieren Sie? Ich tendiere zu einer Gemüsepfanne mit Tofu und braunem Reis. Das klingt auch köstlich. Es ist großartig, viel Gemüse in unsere Mahlzeiten zu integrieren. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Sie liefern wichtige Nähr- und Ballaststoffe. Jetzt muss ich fragen, nach welcher Leckerei sehnen Sie sich? Ich habe von einem dekadenten Schokoladen-Lava-Kuchen mit einer Kugel Vanille-Eis geträumt. Oh, das klingt himmlisch. Ein reichhaltiges Dessert zu genießen kann so befriedigend sein. Das kann es wirklich. Manchmal verdienen wir es, uns selbst etwas zu gönnen, oder? Absolut. Das Leben ist zu kurz, um auf gelegentlichen Genuss zu verzichten. Also, zu welchem köstlichen Gericht reizt Sie? Ich kann einem saftigen Burger mit all den Zutaten und knusprigen Pommes nicht widerstehen. Das klingt köstlich. Sich mit Hausmannskost zu verwöhnen kann so befriedigend sein. Das kann es wirklich. Es ist wie ein kleiner Vorgeschmack auf Glück auf einem Teller. Einverstanden. Aber es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und nicht zu oft zu viel zu genießen. Moderation ist der Schlüssel. Wir können köstliches Essen genießen und gleichzeitig unserer Gesundheit Priorität einräumen. Absolut. Meistens geht es darum, achtsame Entscheidungen zu treffen. Nun, es scheint, dass wir unsere Essensvorlieben geklärt haben. Gesund für dich und genussvoll für mich. Es ist eine perfekte Balance. Wir können unsere Mahlzeiten zusammen genießen, jedes auf unsere eigene geschmackvolle Art und Weise. Das klingt nach einem Plan, Anna. Lass uns unseren Heißhunger stillen und unser Essen genießen. Ich bin genau bei dir, John. Lass uns reinschnuppern und jeden Bissen genießen. Lektion 20. Kannst du mir helfen, mein Fahrrad zu reparieren? Hallo, Anna. Kannst du mir helfen, mein Fahrrad zu reparieren? Lassen Sie uns natürlich die Tools schnappen und loslegen. Danke, Anna. Ich bin nicht sehr geschickt, wenn es um Fahrradreparaturen geht. Kein Problem, John. Ich helfe gerne mit. Was scheint das Problem mit deinem Fahrrad zu sein? Es sieht so aus, als ob sich die Kette gelöst hat und festgezogen werden muss. Ah, ich verstehe. Das kann bei regelmäßiger Anwendung im Laufe der Zeit passieren. Keine Sorge, das ist ein häufiges Problem. Wir werden es in kürzester Zeit reparieren lassen. Großartig! Welche Werkzeuge benötigen wir für den Job? Wir brauchen einen Schraubenschlüssel, ein Kettenwerkzeug und etwas Schmiermittel für die Kette. Dann holen wir die Werkzeuge aus der Garage. Klingt nach einem Plan. Wir werden im Handumdrehen alles haben, was wir brauchen. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Anna. Es ist schön, jemanden zu haben, der sich auskennt. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es macht mir Spaß, an Fahrrädern zu arbeiten. Hast du schon einmal Fahrräder repariert? Ja, ich habe in der Vergangenheit Freunden und Familie bei Fahrradreparatoren geholfen. Das ist beeindruckend. Du bist praktisch, um dich zu haben. Danke, John. Ich lerne gerne neue Fähigkeiten und helfe anderen. Nun, ich habe Glück, dich als Freund zu haben. Lass uns das Fahrrad reparieren lassen. Definitiv. Sobald wir die Kette enger gezogen haben, ist ihr Fahrrad startklar. Ich freue mich darauf, wieder auf Tour zu gehen. Es ist eine Weile her, dass ich Fahrrad gefahren bin. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und die Natur zu genießen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Ich habe das Gefühl des Windes in meinem Gesicht beim Radfahren vermisst. Es ist eine befreiende Erfahrung, nicht wahr? Absolut. Es ist wie ein Mini-Abenteuer bei jeder Fahrt. Wir sorgen dafür, dass ihr Fahrrad für ihr nächstes Abenteuer in Topform ist. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Anna. Du bist der Beste. Du bist willkommen, John. Es ist immer eine Freude, einem Freund zu helfen. Lass uns an die Arbeit gehen und das Fahrrad reparieren. Nochmals vielen Dank, Anna. Kein Problem, John. Lass uns dein Fahrrad fahrbereit machen.